Peter, nochmal, ja, halt, halt ihn fest, halt ihn fest, ihr müsst jetzt hierbleiben für Foto. Ist das jetzt wirklich nötig für die Veranstaltung, oder dreht sich das gerne mal auf? Also ich finde, man muss ja wie beides ein bisschen ausleben können. Wenn ich jetzt mit den Chucks hier wäre, mit Jeans und Top, würde ich auch spufen. Wie ich gesagt habe, man muss ja ein bisschen die Weiblichkeit ausleben. Und wenn man denn für solche Anlässen Kleidchen anziehen könnte... Und hier, wie ihr euch gelernt habt... Hier, nochmal, die Schulter fliegt, ganz nach rechts, bitte, so, ja. Und wir beide hier... Christian! So, beide zusammen, bleib doch mal ganz kurz stehen hier, bitte. Bleib doch mal ganz kurz stehen hier, bitte. Bitte, ja. Und wir glauben... Bleib doch mal ganz kurz, einmal bitte. Bleib doch mal ganz kurz, einmal bitte. Bleib doch mal ganz kurz, einmal bitte. Und nochmal die Augen hier, bitte. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal. Oh, sehr schön. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020